willkommen zur letzten folge in dieser sessione von lies so bin ja mal gespannt wo wir jetzt hier landen unten waren wir auf jeden fall noch nicht sieht auch nicht so aus das wasser ist wenn man das wasser nennen können woher wusste der jetzt dass es vom bahnhof kommt ich dachte schon wir fallen jetzt irgendwie runter sieht aus wie so ein pudding gibt es eigentlich waldmeister pudding also so zum selber kochen wieso erwarte ich irgendwie dass wir gleich runterfallen ist da irgendwas wo man weiter kommen könnte oder so stargazer und noch ein stalker ob das der echte ist der hat ja auch seine hunde maske auf das wärmer mega interessant notizbuch der wache von grünem saft befleckt warum in aller welt ist das ding überhaupt hier in kratz als die stadt mich los schickte um das monster zu fangen dachte ich das sei ein scherz ich dachte mir wahrscheinlich sei das eine kaputte puppe oder ein bär mit der verstellungskrankheit diese dieses grüne ding ist riesig was zur hölle hat es denn im somf gefressen dass es so groß wurde ich glaube nicht dass es am abfallproblem liegt ich habe es beobachtet es beschützt sein nest wie besessen und bringt sein spielzeug gerne dorthin die puppenkörper werden nicht nur als spielzeug benutzt dieses ding saugt ergo aus den verschrotteten puppen bevor es mit dem spiel was übrig bleibt es ernährt sich von ergo und deshalb wird es so groß das ganze gebiet ist ein gefundenes fressen ich muss das melden verfluchte bastarde er köpt mich allemal ich glaube der grüne kerl wurde sicher von den alchemisten erschaffen oder es äh er ist ihr fehler wieso ignorieren sie sonst unsere verstärkungsanfrage sie sind immer so wenn ihnen etwas nicht passt ignorieren sie es einfach warum haben sie uns gesandt sind wir beute oder jäger der typ beobachtet uns immer öfter er weiß definitiv dass wir hier sind es er sieht uns anders wären wir spielzeug warum auf immer der typ jemand kritzelt eilig eine notiz wachposten bald erobert kontrolle über balliste verloren unmöglich sie zurückzuobern ich bitte um vergebung für alle sinnen meines lebens der engel wird uns führen so okay ich will auf jeden fall dort das level ab noch haben so wieso ist er denn jetzt nicht ausgewichen war die ausdauer schon wieder so schwach oder wird zu früh oder doch nicht das war knapp so noch einmal so 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 Diesmal kein Loot. Okay. Ab ins Hotel. So, erstmal ab zum Baum und den abernten, bevor ich das will, vergesse. Die haben schon lange keine Verkleidung mehr gekriegt, ne? Die letzte war ja, glaube ich, vom Puppenkönig. Und die Maske hatten wir ja dann davor von der weißen Dame, oder wie die hieß. Aber gut, wir hätten jetzt auch zwei Stalker. Ich denke mal, nur einen werden wir bekämpfen, vermute ich mal. Wäre natürlich krass, wenn der andere Hund, der da jetzt stand, beim letzten Stargäser, wenn das der echte Adriano ist, oder wie der hieß. Und wir dann, weil wir Reus gefunden haben, dass der Schäferhund halt kein, nicht der echte ist, dass wir den bekämpfen müssen. Weil er hat ja irgendwas von Alchemisten auch gesabbelt. Vielleicht will er dann den Standort hier auch verraten. Achso, wir wollen ja leveln. Whatever choice you make. So, ähm... So, 16, 12. Level 109 mittlerweile. At the House of Vanini, even price... Master Vanini's collection box. You are indeed full of surprises, sir. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer. I am talking about you, sir. Shall we pay a visit to the House of Vanini's private preserve? Ein trüber Ergo-Brocken. Also, da hättest du mir auch ein bisschen mehr geben können, mein Freund, oder? Ja, da brauchst du gar nicht hier zu gucken. Naja. At the House of Vanini. Klinge eines Pistolensteinbohrers. Wäre natürlich cool, wenn das, ähm... Wenn das Ding ballern könnte. Amulett der blauen Wächterschaft erhöht die maximale Menge an LP. Ausdauer und Lidion. Und wir haben, glaub ich, momentan, ähm... Erhöht die maximale Menge an LP, ne? Äh... Mhm. Okay, wie teuer ist das? Das ist ein Haus-Souvernier. 1750, das machen wir schnell mal. Quarz hatten wir zufällig nicht wiedergekriegt, ne? Mist. Achso. Und das Ding? 1750. Das bringt uns, Serving, willkommen! Äh... 3000. 4750. Also sagen wir rund 5000. 5000. 5050. 5050. 5050. 5050. 3050. Contemplation. 5050. 5050. 6550. Im itsen. 5050. In demdem sized, den guardatoren. Amulatoren. Amulatoren. Bin. Bexiert. Die sind. Mensch, ohne ein Gegenteil fahren, nice. So, man, hast du doch nicht gleich so aus. Nein! Das gibt Rache. Ich finde es halt auch mega cool, dass das Ergo halt nicht weiter oder so krass doll steigt, was man zum Leveln braucht. Wenn ich mir vorstelle, wäre das jetzt weiter so gewachsen wie am Anfang. Ich glaube, das waren teilweise 600 Ergo, was man mehr braucht auf EMA. Wieso hat er jetzt nicht angegriffen? Das war eine Kacke. Ich glaube, dann hätte ich noch Ewigkeiten gebraucht. Und ich glaube, das ist bei anderen Swordslacks halt nicht so. Dann geht halt auch... Ja, gehen die XP halt höher, die man braucht. Ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Erfahrungsbalken, die man mehr oder weniger füllt. Bloß, dass die Erfahrungspunkte hier auch die Währung sind. So, 4000 EMA müssen wir noch... ... ... ... ... Ach Mist So und nun mal aus der reiner Neugierde. Gibt es das Wort Neugierde überhaupt? Ist er noch hier oder ist er jetzt weg? Ah er steht noch da. So und nun mal aus der reiner Neugierde. So und nun mal aus der reiner Neugierde. So jetzt würde ich bloß gern vergleichen. Das Mädchen aus der Mona Familie spürte den Schmerz der Puppe und war traurig. Sie erstellte ein spezielles Amulett um der stämmenden Puppe zu helfen sich zu erholen. Ich hoffe ich habe mir das jetzt richtig gemerkt. 708 ne? Ähm, ein bisschen runtergegangen. Legion ist gestiegen. Um 20. Dann also jetzt sind es 13 Liebespunkte. Dann lieber ein bisschen drauf gekackt, oder? Dann nehmen wir das einfach so wie... Oh, stimmt. Wir haben ja noch ein Slot jetzt hier frei. Ähm... Und unten hätten... Wie gesagt, das jetzt... Ach so, ja... Manchmal ist das echt doof. Dann hole ich das Ding... Ah, nein... Ich wollte das haben... Danke... Dann hole ich das hier hin... Sehr schön... Ach so, upsie... Wir können ja noch den Granatwerfer als Upgrade, bevor ich das wieder vergesse. Ach, waren auch nur drei nötig. Verflucht. Trophäe hat eine stärkste Legionswaffe. Eigentlich ist das Ding auch nicht verkehrt, muss man sagen. Wäre cool, wenn man zwei... Zwischen zwei immer hin und her wechseln könnte. Ja. 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 gut aber ich möchte wirklich meinen die legionsbalken wird auch länger so nehmen wir doch schon mit immer und dann war es das wieder für diese session spitze bedanke mich ein bisschen